Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Prison Life, einem Spiel, das wie Escapers aufgebaut ist, nur das im Versus gespielt wird. Das heißt, eine Mannschaft ist hier die Wächter, die andere sind die Gefangenen. Und die Gefangenen versuchen abzuhauen und die Wächter versuchen nicht zu verhindern auf alle möglichen Arten. Wie das passiert und wie das abgeht, merkt ihr gleich im Video. Ich habe sehr viele Leute heute dabei, darunter sehr viele Streamer. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Die Links sind alle unter dem Video in der Beschreibung verlinkt. Und ich habe auch ab und zu die Sicht von einem Kollegen drin, der auch an dem Abend gestreamt hat. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video und lasst natürlich auch ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefällt. So, sind alle bereit? Ich sehe, Blueberry hat den Call-Up-Buffet gefunden. Wie ich da bloß nur draufkomme. Okay, Blue und Sora sind die Wächter. Wollen wir uns über die Kanäle aufteilen oder wollen wir alle in einem bleiben? Also von mir aus können wir in einem bleiben. Also ich wäre vielleicht das erste Mal, könnte man ja vielleicht alle zusammenspielen und dann kann man vielleicht aufteilen. Für die Gefangenen, ihr seht doch diese Pfeile hier ganz unten bei euren Zellen, ne? Ja. Wenn ihr da hingeht, habt ihr ein Symbol, damit könnt ihr entweder nach oben oder nach unten gehen. Ach, da. Da habt ihr dann auch nochmal so ein Versteck. Da könnt ihr euch auch irgendwo durchgraben und wenn ihr da gräbt, dann könnt ihr Kupfer oder Gold kriegen. Ah, okay. Ganz wichtig. Weil Gold kriegt man nicht so häufig. Ich merke gerade, dass ich noch den Stream von Shining offen hatte. Okay. Welcher Verbrecher ist es da hinten, der mir da hinterher läuft? Ich weiß es nicht. Ich muss graben gehen. Nein. Wenn ihr ein Objekt verwenden wollt, müsst ihr es unten in der Leiste übrigens anklicken. Es geht nicht anders. Erst dann könnt ihr es verwenden. Ich frag mich gerade, warum. Achso, nee. Ich check gerade gar nicht, was ich machen muss. Du musst einen Weg finden, rauszukommen. Entweder rausgraben. Hab ich jetzt verbrecher? Sura ist doch mit mir weg. Achso, du hast Aufgaben, die erledigst du. Dafür kriegt ihr Geld und damit kannst du ja eine Ausrüstung kaufen. Euer Job ist es einfach, uns davon abzuhalten, dass wir fliehen. Hey, was soll der? Ich schreit. Ich glaube, dass das nervt. Ich werde jetzt jede Wette eingegangen, dass Blue nicht zögert und mir einfach nur auf die Fresse haut. Nein, ich habe dich erst durchsucht, aber du hattest nichts Illegales bei. Hey, Ghosti, komm her, ich schlam dich zu voll jetzt. Oh, nee, bleib weg. Komm her, Schatzi. Nein, komm her. Warum verflopst du mich nicht? Ich habe nichts, Blue. Ich habe einen Löffel mit. Komm her, Sabami. Blue, du kannst mir doch vertrauen. Komm ich das? Komm her. Komm her. Kannst du mal gehen? Ich will da drin rumgucken. Ich will dich vollgeschlankt werden. Also, ich habe heute nichts mehr zu tun, ist das Ding, Genie. Ich fühle mich verfolgt. Ja, ich auch. Ja, ich verfolge dich auch die ganze Zeit. Ich habe schon nur Blue, die haben mir dran geklebt. Komm, ich wechsel deine Windeln. Nein, spaßiger Schlaf. Allscheine. Du weißt nie, wann ich wieder um die Ecke komme, Genie. Leg dich nicht mit der Blaubeere an. Wie oft hast du das durchsuchen? Hä? Du hast mich gerade zweimal durchsucht. Wie oft hast du das? Gusti. Guck mal. Ich will dir was zeigen. Guck mal, was ich Schönes habe. Ja. Wenn du mit mir auch handeln willst, musst du nach mir rangehen und auf das große Fältchen drücken. Achso, ja, ich habe aber nichts, was ich... Außer du möchtest Klebeband haben. Nee, das war nicht selber. Warum hast du Klebeband? Wir müssen... Wir müssen was kleben. Um Bilder anzukleben. Warum hast du Klebeband? Im Übrigen, wenn ihr nachts unterwegs seid, kann man euch immer einsperren. Fah. Deswegen lohnt es sich übrigens auch rauszugraben, weil man sonst nicht rauskommt aus der Zelle. Ach ja, übrigens, der Loot in den Kisten, zumindest in den Restricted Areas, der resettet sich jeden Tag. Ah, okay. So, ich gehe weiter graben. Ich... Lass dich nicht erwischen. Nee, da unten können die nicht rein. Lass dich trotzdem nicht erwischen. Hi, Yves. Hi. Achso, hast du schon. Und schon wieder Kupfer. Interessante Sachen auf jeden Fall. Öl. Damit lässt sich doch was anstellen. Neh mal das Öl mit. Kann ich was mit dem Kupfer machen? Ich habe den Energy getrunken. Fuck, den wollte ich gar nicht trinken. Dann kannst du nur eine kurze Zeit unbegrenzt rennen. Wenn du den trinkst. Ich wusste vorher gar nicht, wie man rennt. Hat niemand gesehen? Was hat niemand gesehen? Hast du dir deine Hose schon wieder ausgezogen? Nein. Sieh es mal nicht. Okay. Sieh es mal nicht alleine. Wie viel das jetzt gesagt? Das nehme ich mal mit. Ach du Scheiße. Ich hoffe, dass der Ton so weiter gut ist. Ich bin unter der Erde. Ja, war ich auch gerade. Ich bräuchte Klebebund. Ja, Klebeband habe ich zwei in meiner Kiste. Ich habe jetzt aber erstmal was Wichtiges hergestellt. Nämlich die Platine. Das ist gut. Ich habe nämlich die Antenne. Oh, dann haben wir ja die Hechte fürs Telefon zusammen. Die Batterie findet man leider Gottes nur in den Restricted Areas. Also wenn sich einer Opfer will, bitte. Also ich bin der Meinung vor, eine Batterie gesehen zu haben. Bei uns, bei den Zellen im Müllheim. Wo seid ihr denn? Hi, hi. Hier ist doch eine Batterie. Warte mal, warte, warte. Wie trainiert man? Äh, zu mir hingehen, aber ich würde das im Untergrund machen. Ja, ich habe... Weil da kommen die nicht hin. Äh, wie war das? Auf den Pfeil da unten drücken. Ah ja. So, hi. Magst du mir mal eben kurz in die Antenne rüber geben? Dann kann ich es craften. Das Handy. Dann können wir oben ablaufen. Handel? Du musst das oben in die Leiste ziehen. Ja, das will ich. Das bleibt immer wieder zurück. Ich gebe dir rüber. Warte, warte. Achso, gut. Ja, weil du schon Handel gedrückt hattest. Ja, mach ich. Okay. Blu und Zora überwachen schon den Ausgang. Die wollen uns gefangen nehmen. Ich will, dass jemand bei der Sache durchgeführt hat. Bleib hier, Yves. Ich gebe dir das Telefon direkt drüber. Ich sage es mal so. Wenn ich mich erwische, dann gibt es Pärtschniebe unter der kalten Dusche. Nicht schon wieder. Warte, willst du einen Schaumschlüssel? Muss sein. Äh, kann es mir geben. Dann kann ich oben schon mal was öffnen. Muss sein. Was hat er denn da? Ich sag nix. Ich sag nix. Yves, äh, tu das am besten in das versteckte Fach, das Telefon. Das ist ultra wichtig. Hol ihn. Hol ihn dir. In mein Fach. Jenen, der eine rote Schrift über den Kaub hat, könnt ihr instant einbuchten. Also, den könnt ihr immer einbuchten. Oster, er ist weg. Scheiße. Geht so abwischend, der Lautstärke könnte besser sein. Ich mach, wenn der Tag schwer lauter sein muss. Was muss man jetzt, was muss man jetzt mit dem Handy machen? Da musst du aufs Dach kommen. Da kannst du dann einen Helikopter rufen. Um euch das mal kurz zu sagen, ich hatte einfach ne Schaufel bei mir. Und wie kommt man aufs Dach? Das musst du über den Lüftungsschacht machen. Ich hab da grad jemanden angeklickt. Wo ist er jetzt? Ich wurde gefangen genommen, weil ich draußen war in der Nacht. Ach ja, wenn du gefangen genommen bist, dann ist dein Inventar weg. Naja, ich hab's da zum Glück noch rechtzeitig versteckt. Solange das Handy nicht weg ist. Nö, das ist noch da. Ich hab übrigens über den Lüftungsschacht schon einen Weg nach draußen aufgemacht. Also, ihr könnt auch bei Nacht jetzt raus. Ja, das hab ich gesehen. Ich hab auch keinen Löffel. Wo bist du? Scheiße, man kommt aber nicht wieder rein. Nein, nein. Lauf! Was ist los, die? Verdammt! Lauf, Ghostie! Ich bin nicht draußen! Ich bin nicht draußen! Ich hab dich gesehen! Wo bist du? Schau mir mal eben kurz ne Hintergrundmusik an. Wie komm ich denn hier eigentlich wieder zu wieder raus? Äh, wenn du im Knast bist, da läuft ein Timer ab. Okay. Ach so, ja. Okay, die Nacht ist gleich vorbei und Ghostie haben wir immer noch nicht. Ja, und ich glaube nicht, dass ich das Rote wieder wegbekomme. Du kriegst heute keine Schokolade mehr. Ich hab eigentlich meine eigene Schokolade. Wisst ihr was? Ihr könnt mich nicht einspielen. Ich geh einfach trotzdem wieder raus. Ghostie, welche Art von Schokolade? Ich weiß ja nicht, was ihr gerne esst, ihr Sparmander. Äh, oh geht's. Nicht diese Schokolade, was denkst du dir? Geht der Schriftzug, äh, geht der Rote Schriftzug gar nicht mehr weg? Oh. Der geht erst dann weg, wenn du einmal gefangen wurdest. Na toll. Lass dich fangen, dann wirst du wieder los. Aber ich will nicht gefangen genommen werden. Ich hab einen Drahtschneider. Ich patch dich auch mit einer Feder. Hallo. Hat jemand von euch einen Drahtschneider? Ja. Nee, ich hab eine Schaufel. Oh, das wär gut. Aber ich muss erst mal wieder runterkommen. Ich weiß nicht, wo. Äh, wie läuft man? Nein. Schrift. Leute. Ach, komm schon. Mit Schiff sprintet man, ja. Hat dich die Blaubeere erwischt, oder was? Ja, die Blaubeere hat mich erwischt. Haha. Die Blaubeere ist flink. Wahrscheinlich hat sie mich zurückgebuchtet und weiter abgelenkt, so wie ich sie kenn. Schmeck ich das in den Luft? Tratschere. Warte mal, wo sind die Scheris? Ich geh jetzt ein Brot zu produzieren. Wahrscheinlich schmeckst du nach Sahne. Weil du weißt, bist du. Ich brauch nur Streichholzer und ein Klebeband. Wofür? Äh, hab ich eventuell beides in meiner Kiste. Ach halt, den meiner ist auch kaputt gegangen. Ich hatte ein Klebeband im Angebot. Ein Klebeband hab ich. Achso. Oh, ich bin wieder frei. Ich bin frei. Warte mal, ich kann dir... Warte, warte, warte. Warte mal auf, wünscht der euch einen schönen Abend. Der hat ja auch einen schönen Abend, Hände. Schlaf gut. Schön, dass du vorbeigeguckt hast. Was möchtest du mir denn zeigen? Ich werde dir das drüber senden. Wenn du ein Klebeband hast, dann kannst du auch die Schrauben nehmen. Ich wollte eigentlich gerade die Taschenlampe nehmen und Blum ein bisschen ärgern. Wieso kann ich nicht laufen? Hey, Gussi, Gussi, hast du was? Was denn? Äh, äh... Schildradschere. Hast du Streichhülzer? Ja. Gib mir. In diesem Moment, wenn ich mir denke, lass uns das lieber im Untergrund machen. Danke. Ich weiß zum Glück, wo der Untergrund ist. Blue hat mich gefangen genommen. Sie ist böse. Blue hat gar nichts gemacht. Hi. Hab nichts Illegales. Ich hätte Spaß gehabt. Hi, Dark. So, ich hab den Drahtschneider. Einer von dreien ist in der Stelle. Ich hab den Drahtschneider, Leute. Ich hab ihn. Ich hab einen Schraubenschlüssel. Ey, damit kannst du oben einen Lüftungsschacht aufschrauben. Warte mal. Komm mit. Gussi, komm mit. Komm mit hier hoch. Ich hab, glaube ich, sogar genug Material, um noch einzubauen. Und ich gerade. Hier müssen wir durch. Warte. Ich hab keinen Drahtschneider mehr. Wo die Haken muss raus? Ach, ne. Da, da, hier. Na gut. Schau auf. Wer die Braufe erst mal zuschlägt, dann fliegt ihr. Zehn Meter. Ich hab aber auch nichts gemacht. Was denn? Guck. Hier müssen wir gleich hin. Was macht ihr denn gerade? Ich muss schon wieder spielen. Ich hasse es. Yves. Was macht ihr ohne mich? Ja. Wo bist du? Ich bin der Schreck. Wo ich bin? Yves, komm. Ich komm hier nicht hin. Ich bin draußen. Ach du Scheiße. Hast du mich auch mal ausgeschlagen. Du musst über den Pfeil hier rein. Wir sollten vielleicht nicht spielen. Gussi war übrigens gerade auf dem Dach. Ja. Und bin jetzt rot, weil du mich gesehen hast. Haha. Ich brauch immer noch ein Klebeband und Schrauben, glaube ich. Also, was wollen wir noch aufmachen? Also, Klebeband hab ich. Schrauben nicht mehr. Ich hab noch einen Schraubenschlüssel. Das Telefon. Was? Achso, ja. Okay. Ghostie. Aha, da ist er. Er ist jetzt da oben die ganze Zeit? Nee. Nee, ich bin... Ich habe... Zum... 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 Zum Park hab ich das einmal aufgemacht. Ghostie! Schnell! Ich habe mega Angst, dass ich überhaupt hier irgendwie durch die Gegend fliege. Reagiere. Ja, es braucht 20 Sekunden. Dann kommt der. Deswegen komm. Die, die schon draußen sind, können dann übrigens ihren Mitkollegen... Die Rettung kommt! Ghostie, los! Komm! Wie war ich? Ach, okay. Ja, wir müssen jetzt auf Ghostie warten. Ich fang gar nicht mit. Sie retten! Sie retten Ghostie! Ich fang gar nicht mit. Ich fang gar nicht mit. Seid ihr nicht aufgedacht und warten auf mich? Oh no! Oh no! Ihr F... Wui! Oh no! Ghostie muss jetzt ohne uns zurechtkommen! Das ist doch nicht überhaupt ernst, oder? Hat ihr den Namen Ghostie jetzt einfach allein gelassen? Ja! Ich bin gerade angekommen, hab ich mich wegfliegen zu! Ghostie, ich habe dir ein Drop-Paket hinterlassen im Hof. Also im linken. Ich weiß nicht, wo der linken Hof ist! Links! Links! Ihr könnt doch nicht ohne mit fliehen, ihr Säckel! Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab geschrieben, du sollst kommst! Wir haben die ganze Zeit angemerkt, du sollst kommst! Eve, wir haben aber trotzdem ein Problem! Ja... Wenn Ghostie nicht rauskommt, haben wir trotzdem verloren! Wie viele Tage hab ich denn noch? Nicht mehr viel! Was noch? Ähm, Ghostie, du müsstest dir eventuell ein neues Telefon craften! Also eine Halblage! Ich muss erstmal überhaupt gucken, was brauche ich denn überhaupt für eine Antenne? Wie mach ich für eine Antenne? Wie mach ich für eine Antenne? Grabe dich mit Lippen raus! Ich weiß... Ich weiß... Ich guck gerade über deinen Stream zu! Danke! Ich guck jetzt! Aber wir haben so eine Top-Down-Ansicht gerade! Bei uns! Also wie gesagt, im linken Hof hab ich dir ein Paket hinterlassen! Ja, hab... Hab ich schon geholt! Für die, die geflüchtet sind, machen! Äh, Eve, hast du ihm eigentlich auch ein Paket hinterlassen? Äh, was für ein Paket? Wie... Wie hinterlässt man Pakete? Was für ein Paket ist da drin? Ja, du kannst... Wenn du rausgekommen bist, dann kannst du eins der drei Objekte aussuchen und dann kannst du da ein Drop-Paket fallen lassen, wenn du draus löst! Ihr habt mich zurückgelassen! Warte, wo gehst du jetzt hin? Ich mach jetzt rechter Hof! Geh mal in rechten Hof! Daaaah! Ghostie! Ich hab Ghostie! Nein! 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 Oh nein! Du weißt ja nicht mal, wo er ist! Okay, mir fehlt jetzt noch... Kein Ding! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich bin... Nein! Okay, die Hälfte hast du schon mal! Nee! Du hast die Satine schon mal! Du musst jetzt nur noch die Antenne basteln und du musst ne Batterie finden! Dann kannst du dir ein neues Telefon machen! Das ist ja so einfach! Wir haben ja ne vier Tage, also drei Tage dafür gebraucht, alles zusammen zu kriegen! Ich weiß! Nein! Das Handy, das hatten wir schon am zweiten Tag! Wir mussten erst mal uns zum Roof durcharbeiten! Ich fühle mich verarscht! Ich mach euch den Weg zum... Zum... Zum Dach rein und ihr fiel einfach ohne mich! Das ist doch nicht euer Ernst! Ich würde der Nächste jetzt sagen... Wir mussten aber gerade trotzdem in dich beliefen! Du musst es schaffen, rauszukommen! Nein! Nein! Oh, wir können wieder... Nee, jetzt können wir nicht! Schade! Sollen wir das dann ab der nächsten Runde so machen, dass wir dann im getrennten Channel sind, damit die Wächterlinge gefangenen nicht den Planten die ganze Zeit ausrauschen oder... Ja, das ist halt ne gute Idee! Ja... Ich fühl mich irgendwie... Aber wie an Anfang war das jetzt praktisch! Ich fühl mich gerade so ein bisschen im Nachteil! Ich hab Ghost Deals auch schon dreimal mir vorbeigerannt wieder, aber ich fühl mich einfach nicht! Ach so, hier... Floral steht da einfach nur im Fitnessraum rum! Ich mach die Ausgaben! Das ist aber nett, wenn du mir sagst, wo ihr seid! Danke! Ja, Flor! Bitte, bitte! Wir haben so ne Top-Down an sich! Sehen wir die, äh... Füßen, äh... Die gefangenen Typen... Nee, die Wächter... Ich hab Deutschland nicht gelernt! Also wir sehen dich auf jeden Fall! Die Wächter sehen wir nicht! Du brauchst ne Antenne und du brauchst ne Batterie! Ja! Jetzt wiederhol mir das nicht andauert! Ich weiß, was ich brauche! Du brauchst übrigens ne Antenne und ne Batterie, ne? Danke! Ich habe Angst! Du hast Antenne und du hast... Das andere... Jetzt wach! Genau! Nicht doch was ich habe, Mann! Du bist eh rot! Du bist eh rot! Ja, es ist noch dick, als wenn du eh rot bist! Wenn sie dich finden, ist eh alles weg! Okay! K K N G G O M E T Bitte einfach keine BatterIE! Das gibt's doch nicht! 20 sekunden oben warten muss dir daraus suchen und dann anfrage drücken wenn du es mal hast ich glaube an dich du musst übrigens dann bleiben du darfst dann nicht in den schacht es wäre jetzt so gemein würde genau jetzt sich einer greifen ich habe das gefühl meine eigenen teammitglieder haben gegen mich gearbeitet wir gefangenen und zwei wächter das schaffen wir blu ich investiere auf jeden fall in die kameras macht das mal ich meine du kannst die mit nutze immer so ferngesteuerte kann man die kostet sehen wo stellen wir die denn auf ich habe mal eben den sora eingefangen ja die sind schwer verbrechen die hat ihn ausgelöst und ich konnte nicht fangen kannst du auf meine kamera zugreifen ich gerade gesetzt habe nein kann ich nicht und mir ist gerade einer entkommen nein keine ahnung habe ich noch nicht ausprobiert also war noch nicht ja kann ich okay kann ich kann nicht die kosten immer zehn münzen u nacht umgaben die ja die haben alle schon illegale gegenstände in der tasche nur so nebenbei was für finster gestalten ich wusste doch ich weiß schon warum wir die einsperren wollen ich mal ja einen davon habe ich auch eingesperrt aber du warst immer noch im kameramenü da ist mit der zweiten kommen nennen mir mehnchen in camera mitten auf dem flur ich habe das übrigens Vergessenheit eben zu erwähnen jedoch nachdem welchen Tag man hat also dass wird immer mehr geld was man kriegt ja ich weiß ich glaube ich habe das aber vorherige runde ein bisschen zu später weht mit dem shop ihr habt dann von anfang an benutzt ich meine man sieht ist ja ja wo sind diese langen finger ich habe keine ahnung er rennt einfach in den schrank rein ich will da hinterher was für ein fiesling so ich hätte jetzt die zweite kamera man kann dann auch hinten zwischen den hin und her switchen ich überlege gerade wo wir die hinsetzen mit m hat man übrigens eine karte das hilft mir nichts ich denke mal ich tue die da unten an das office okay dark ist nicht illegal wenn er so illegal aussieht er ist es nicht nene bloß auf eine runde kicker bin gerade dabei habe ich es rein zu schießen du hast es geschafft ja geworden aber jetzt nicht mehr so leute der weg zum doch ist offen die platine ist fertig kann man jemand runterkommen jemand muss das für mich dann versteckt einladen ich hab kein platz dafür gerade ich kann das machen ich weiß mein gold ich habe mich erwischt ich gucke mir ganz kurz auf dem dach hier oben ist einer die haben sich hier oben zum dach hingegraben die wollen über das dach weg oha ganz fiese gestalten da weiß ich wo ich gleich meine fallen hinstellen der ghost ist schon wieder vor mir weggerannt der hat doch was zu verbergen ne hat er doch nicht eventuell haben die das telefon noch nicht ich hab mich verlaufen nein 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 komm her du schwer verbrecher ja ich hab den finsteren seine teuflischen machenschaften schaffen es nicht mehr durch ich bin im zellenblock hab ein es wird übrigens auch angezeigt wenn jemand in eine falle tritt also ich stell jetzt da oben meine auf okay dass du da bescheid weißt dürfen wir dann einfach bärenfallen aufstellen der chef hat gesagt ist in ordnung okay dann dann das ist gut ich habe vorher noch eine anfrage gestellt ob wir bärenfallen aufstellen können ich gucke auch mal nach ob die sich unten durchgegraben haben wenn man sich bis zu den ecken durch geht dann kann man darüber raus dann ist da so eine graue tür ist eigentlich sogar der einfachste weg raus weil da brauchst du nur ein item hab da was dir eingesackt ja der überschwört seine geister nicht mehr ne 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 ev ist mir irgendwie suspekt ich lauf mal hinterher ich hab die batterie ich hab die batterie ja blubberi folgt mir auf schritt und tritt das nervkrad ok dann brechen wir gleich in der nacht aus würde ich sagen oder dann los aufs dach wir wollen doch ausbrechen ne warte warte wir brauchen doch erstmal alle teile warte 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 die 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 ich glaub die werden doch jetzt warten wir brauchen alle teile soll ich mal gucken wir können sowieso nicht erhalten ja das macht er immer ist doch scheiße das hat er im letzten stream schon gemacht ich hab sora bekommen nice ich muss wieder pflanzen gießen ich muss kekern noch einmal kurz oben vorbeischauen hi gusti wir haben nur einmal kurz vorbeigeschaut und schon war gusti eingesackt der war sofort da ich weiß nicht ob wir in so gesehen Zeitraus gekommen sind aber er stand da wie angewurzelt so dann investieren wir mal in die andere Falle so jetzt sind beide Lüftungsschächte da oben dicht mit dem Fallen da ist schon mal gut ach ich glaub dir nicht das ist definitiv was illegales wer plant doch was ne mhm die planen meine Rente ich glaube auch meine Frührente weil ich meinen Job nicht hinkrieg mhm bäh hab ihn ha ha er hat er den das ist glaub ich sora er hatte illegale Sachen bei sich ich hab ihn eingeknastet richtig so aber Dark war unschuldig ja die ganze Zeit schon ich versteh es gar nicht ich sollte mal in das Radio investieren damit kannst du sehen wo die gerade sind einer ist doch gerade nach oben gelaufen nein komm her komm her ich hab ihn nicht mehr bekommen ich hab auch noch die falsche Stelle gekriegt oh no ich hätte ihn gekriegt hätte ich mal auf das Symbol gedrückt und nicht direkt daneben kenne ich aber du kannst dann auch mit E ne ich hab auch noch ne ja ich hab nicht dran gedacht so Nachtschicht da muss ich wieder mal kekern man kennt es das macht jeder Profi so ja hab ich schon hinter mir ich kaufe mir gleich einfach ein Radio Hallo Gusti Gusti wurde verhaftet der war einfach in unserem Office der Schlinge und der ist ja immer illegal also so ich hab ein Radio gut gut komisch komisch was haben die vor nur böse Sachen die sind oben ja ich habe einen ich hab Sura er ist in die Falle getreten nice zwei von vier Gefangenen sind in der Zelle warte die kommt kommt der Rest auch noch also sie wollen auf jeden Fall übers Dach fliehen nein die haben hier unten einmal versucht zu fliehen offenbar die haben hier unten die Tür geöffnet weißt du sie wieder zu? ich hab sie wieder zugemacht die goldene Tür war nämlich offen äh der goldene Schlüssel verbraucht sich aber nicht äh also kann sein dass sie den noch bei sich haben die sehen sie bestimmt nicht ich hab nämlich gehört dass die blind sind ja so ist hier irgendein Fiesling ja ich hab einen ja genau den hab ich gesucht der war in unserem Office oha was macht der in unserem Office Ghostie hab ich auch gefangen ich hab auch Ghostie gefangen da ist doch noch Eve verdammt Kaffee 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 hey komm 3 in Folge ja nice die dürfen sich jetzt alle in der Zelle treffen heimlich da 2 eine Zelle oder sehe ich die letzte Kiste einfach nicht ne 2 Kisten sind in einer Zelle und zwar hier bei 4 sind Sora und Volker er Ghostie lass dich untersuchen hast du ihn? wunderbar ich hab ihn ich hab den finsteren richtig so ich würde gerade zu gerne hören was beim Ghostie so los ist auf der Karte geschrieben hat deswegen Ghostie denkt bestimmt wir mobben ihn oh Dark hi nee hier geblieben hier geblieben oben ist einer die sind oben hab ihn ich hab nur gesehen dass der Geräuschesensor hoch gegangen ist ja er ist dann in die Falle getreten ich glaub der wollte sie einfach entschärfen müssten wir eigentlich ne neue hinlegen ne hast du die Münzen? ja eine Falle kostet 6 ja ja ich hab schon eine wenn man teilt äh oben links ist und oben rechts ist einer achso mir zeig ich da auch den im Knast hier an okay ja hier rechts müsste irgendwo einer sein da Volkano wurde gefangen so Radio oh Gott die sind gerade alle draußen wir haben gewonnen ja das war's mit euch so ein Dreck wir haben euch besiegt das ist aber ganz schön scheiß wenn du einfach auf dem Dach kämpfst ja das war's mit dem heutigen Part wenn es euch gefallen hat lasst ein Abo und ein Like da und besucht natürlich auch die Kanäle der anderen tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.